Einen wunderschönen Abend an Sie, liebe Gäste der Trigos Preisverleihung. Mein Name ist Christina Opitz und ich freue mich wirklich riesig, dass ich in diesem Jahr den Trigos Ehrenpreis für mein Wirken bei der GLS Bank erhalte. Leider ist mir eine persönliche Teilnahme an der heutigen Verleihung als Ehrenpreisträgerin nicht möglich. Dennoch war es mir wichtig, zumindest auf diesem Weg ein paar Worte an Sie zu richten und mich noch mal ganz herzlich für diese Auszeichnung auch zu bedanken. Seit 2017 bin ich im Vorstand der GLS Bank tätig und gerne möchte ich die Gelegenheit kurz nutzen, die GLS Bank vorzustellen und zu beschreiben, was uns als Bank wirklich ausmacht. Für eine Bank ist Geld der Dreh- und Angelpunkt des Handelns. Als GLS Bank setzen wir uns mit unserem nachhaltigen Bankgeschäft seit 1974 dafür ein, Maßstäbe für ein verantwortungsvolles Wirtschaften und für den gesellschaftlichen Wandel zu entwickeln, mit dem Ziel, die Lebensgrundlage zukünftiger Generationen unserer Kinder und Enkelkinder zu bewahren. Dabei richten wir uns natürlich an dem 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaschutzabkommens aus. Wir sind dabei einzigartig transparent. Wir legen jede Finanzierung sowie auch unsere Eigenanlagen offen und unsere Kundinnen und Kunden können bei der Kontoeröffnung den Wunsch äußern, in welcher Branche ihr Geld letztendlich wirken soll. Durch unsere Kreditbetreuung sowie Aktivität in den Netzwerken wirken wir insbesondere in sechs Branchen. Das ist Ernährung, Gesundheit und Soziales, erneuerbare Energien, Bildung, Wohnen und nachhaltige Wirtschaft. Für jede dieser Branchen haben wir Zukunftsbilder entwickelt und wir definieren daraus Ziele für eine Zukunft, die wir als GLS-Gemeinschaft, also alle zusammen, als erstrebenswert erachten. Zusätzlich zu unserem Kerngeschäft als Bank engagieren wir uns und klären auf. Wichtig ist es uns, ein Bewusstsein für einen wirkungsvollen Einsatz von Geld zu schaffen. Und wir mischen uns ein. Wir fordern politische Rahmenbedingungen, um so die Weichen für eine sozial und ökologisch verträgliche Wirtschaft zu stellen. Ich freue mich wirklich sehr über die heutige Auszeichnung mit dem Trigos Erdenpreis und bedanke mich ganz herzlich für die große Ehre, die mir mit diesem Preis für meine Arbeit bei der GLS-Bank gewürdigt wird. Natürlich gebührt diese Auszeichnung auch dem Engagement unserer 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, durch deren Einsatz die GLS-Bank jedes Jahr enorm wächst. Ebenso möchte ich unseren Kundinnen danken für ihr Vertrauen und auch ihr Mitwirken. Ihnen und allen weiteren PreisträgerInnen noch einen wunderschönen Abend. Und herzliche Grüße nach Wien, Ihre Christina Opitz.